Ach ja, ein wunderschöner Tag für ein neues Video hier bei Thief Simulator und beim Thief Simulator müssen wir als nächstes in die Bremsen gehen. Aus Nummer 10, da müssen wir Teller zerstören. Richtige Rowdys. Ich normal, was für Rowdys hier sind. So, ist sogar offen. Ist da keiner drin, oder was? Da ist keiner drin. So, wo sind die Teller? Wo sind die Teller? Ach Quatsch, das war doch hier. Ja, Mann. Wollt ihr euch denn wissen, wie man ein Schloss knackt, Alden? Ist hier wieder Geld drin? Hier ist nix mehr drin. Der Topf, Alter. Verschissener Topf. Und den Toaster, den Toaster. Ich muss den... Nein, ich brauche den Toaster. Drei Ocken für den Toaster. Ich habe sogar noch einen alten Toaster. Ach, scheiße. Komm raus hier, raus hier, raus hier. Ja, ist er auch noch. Stecken. Raus, 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 raus. Alter, was ein Auftrag. Was ein Auftrag. Gib Schub. Hä? Wieso? Wieso nur C? Gucken wir mal rein hier. Aha, Skills. Und da wird es, glaube ich, richtig interessant. Da wird es interessant. Schlösser knacken, Stufe 1. Woll. Ja. So, ich habe... Ah. Great. Now, go buy yourself a DIY simple life hack on Tools for Thieves. Auf Tools for Thieves. Ja, gucken wir mal, ne? Tools for Thieves. Hier ist es. Ein DIY. Ist grau hinterlegt, also kann ich mir das wohl kaufen. Dankeschön. Boah, Alter. Oha, okay. Oh, wie bei Skyrim. Easy. Ja, Mann. You did a good job on that old TV in the empty house. For a real job, you gotta scope the joint. Go to 1.11 by 7 a.m. and watch. Ähm. Wir haben 23 Uhr. Auto schlafen. Perfekt, perfekt. Bis 11 Uhr. Kann ich auch so hier kurz vor 11? Komm, machen wir 11 Uhr. Schlafen. schnell, 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 schnell. Raus, 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 raus. Winnie, ich bin da. Fuck, bin ich zu spät? Ach, fuck, um... Um... ...zur 111 um 7 Uhr morgens. Markiere Bewohner mit dem Maus. Hoppala. Ist doch gar keiner mehr da. Oder? Hehehe. Ja, hab ich mich ein bisschen vertan, würde ich sagen. Kann ja mal passieren. Ich meine. 7 Uhr morgens. 7 Uhr morgens. Und da kommt doch kein Mensch drauf. 7 Uhr morgens. 11. Geh da mal rein, ne? Radio. Ja, ja, ja. Dosenbier. Ja, mehr Dosenbier, Alter. Das sind die Klamotten nicht alle. Oh, ein Fernseher. Oh. Money. Oh, und so viel. Oh, Töpfe. Richtig gut. Mehr Töpfe, mehr Töpfe. Muss ich denn jetzt hier noch was machen? Können das Scheiß aus Papier klauen, Alter. Können die hier auf den Lokus gehen. Richtig gut, ey. Ist nämlich... Nimm jetzt hier einfach noch ein Fernseher mit. Bin ich weg. Ich weiß nicht, wenn mich einer sieht. Ah. Hier kommen so Dreieckern. Das ist doch bestimmt... Hier kommt doch bestimmt einer vorbei, ne? Oh, wenn das die Bewohner sind. Dann schnapp ich mir den Fernseher und renn. Alter, ein ganz entspannter Dude. Oh, perfekt. Er macht das alles mit einer Hand. Gas, Gas, Gas. Jawohl. Jawohl. Weg hier. Hä, 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 hä. Immerhin. Immerhin, immerhin. Hier, Alter. Ich hab'n Fernseher. Willkommen zurück. Yeah. Ja, geil. Fernseher verkaufen. 40 Tacken. Richtig gut, richtig. Radio 25. Und ein Topf. Voll gut. Richtig gut. Äh. Ja, tschüss, ne? Voll gut. Ja, geil, ey. Ich hab' den Auftrag noch nicht erledigt. Ich muss immer noch zur 111. Um 7 Uhr morgens. Ich muss da immer noch hin, Alter. Das ist doch nicht wahr, ey. 7 Uhr morgens ist doch nicht wahr, ey. So. Äh, geil. Ah, genau. Und markiere mit... Äh, übelst der Spanner. Winnie, mach nicht so laut. There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Ah. Ne olle Schachtel will er haben. Der Winnie. Alter, was ist denn mit ihm? Oh mein Gott. Und er lässt die Tür einfach auf. Das ist ja nett. Hehehehe. Ah, da waren noch zwei Personen. Oh mein Gott. Oder kommt die gleich nach Hause? Wenn das wieder auf blau ist. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Das ist jetzt wieder voll alles. Haha. Ja. Voll gut, ich wusste das. Oh, der Fernseher wieder. Die Box. Ich brauche erstmal die Box. Box, die Box, die Box. Fernseher auch noch. Jetzt aber. Wenigstens doppelt gelohnt, ey. Alter, rein damit. Rein. Hm. Hm. Geht doch. Okay, okay, okay. Es war nicht so ganz die Uhrzeit und so. Okay. Kann ich nachvollziehen. Versteckt die Kiste. Äh, verschickt die Kiste über Black Bay. Ja, machen wir. Voll gut. Kiste. Oh hier, Radio. Ha. 50 Tacken. Jetzt kommen sie hier mit meinem Tod. Kiste mit Inhalt. Ja. Das sind die geilsten Angebote auf Ebay. Verkauft. Ja, Winnie. Ja, Winnie. Freunde in 101 brauchen ein neues Fenster. Das wäre doch mal genau der richtige Einsatz für mich. In der nächsten Folge auf dem Kanal. In der nächsten Folge auf dem Kanal. Ja, ich weiß. Ja. Ja.